Hallo und herzlich willkommen bei einem schnellen Trade Binder Update, ein Deluxe Binder, wie ihr es sicherlich von mir kennt schon in Zwischenzeit. Ja, Folien Video wird in der nächsten Zeit auch wieder kommen. Ich weiß zwar nicht wann, weil ich sehr wenig Zeit im Moment habe, aber es wird kommen. Also da lasst euch sicher sein, dass es noch gedreht wird und hochgeladen wird. Und ich muss mich schon wieder beeilen, weil der Akku von meiner Kamera hat stark nachgelassen und läuft jetzt, was weiß ich, gefühlt nur noch 50 Sekunden. So, das war es vom Trade Binder. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ihr was braucht, schreibt mich an. Bis zum nächsten Video. Ciao.